Schon immer ist der Hund des Menschen bester Freund. Wir möchten dir nun des Menschen neuen besten Freund vorstellen. Bühne frei für Chip. Chip ist ein Roboterhund, der viel mehr ist als nur ein cooles Spielzeug. Chip ist ein interaktives Haustier und freut sich, wenn du nach Hause kommst. Mit dem Smartband weiß Chip immer ganz genau, wo du bist. Hey, habt ihr meinen zweiten Pantoffel gesehen? Hast du meinen zweiten Pantoffel gesehen? Und freut sich, wenn er in deiner Nähe ist. Chip hört aufs Wort und kann bereits einige Kunststücke. Aber du kannst ihm auch ganz einfach neue Tricks beibringen. Und je schlauer Chip wird, umso mehr Abzeichen bekommt er. Hat er etwas gut gemacht? Drück einfach den Like-Knopf am Armband, das ihn dazu animiert, sich zu benehmen. Oder kleine Streiche zu spielen. Deine Entscheidungen ändern Chips Verhalten und entwickeln so seine Persönlichkeit. Das macht jeden Chip zu etwas ganz... ...Einzigartigem. Chip ist mit deinem Handy verbunden und hat eine Übersetzungsfunktion. Was ist los, Chip? So verstehst du immer, was er gerade von dir möchte. Er hat seinen eigenen Smartball, kann ihn apportieren und zusammen mit dir viel Spaß haben. Auch hat er Sensoren. So ist für ihn das Umfahren von Hindernissen ganz einfach. Und mit der Handy-App kannst du Chip füttern. Das zeigt ihm, dass du für ihn da bist. Und das ist wichtig. Denn wenn du einmal in der Klemme stecken solltest, egal wie schwierig, ist er für dich da. Mit seiner Beacon-Sense-Technologie sieht Chip genau, was um ihn herum passiert. Hat ihn wirklich niemand gesehen? Das ist nun schon das fünfte Mal. Er weiß auch genau, wo sein Körbchen steht, wenn er seinen Akku aufladen muss. Und wird deshalb niemals müde. Chip ist eine intelligente Erfindung. Chip ist ein Roboter. Chip ist ein Hund. Aber am allerwichtigsten Chip ist ein Freund. Dein bester Freund.